Ja, liebe Luisa Neubauer, ja, den Kohlestopp 2026 kann man immer noch schaffen, aber das können nur die nextscientistsforfuture.de und ihr arbeitet mit den falschen Leuten zusammen. Den 900 Milliarden 7 Jahre Plan fürs Klima kann man immer noch schaffen, aber das können nur die nextscientistsforfuture.de und sonst niemand und ihr arbeitet mit den falschen Leuten zusammen. Dann versucht ihr auch, die Welt und das Rad nochmal neu zu erfinden. Das Rad ist aber schon lange erfunden. Das wäre so, wie wenn ihr versuchen würdet, die Evolutionsbiologie nochmal zu erforschen, aber Darwin und Wallace haben das schon erforscht und ihr könnt nichts anderes als ein Plagiat herzustellen. Alles ist fertig und Luisa, du hast ein paar, immerhin ein paar positive Dinge gesagt. Die wenigen positiven Dinge habe ich rausgegriffen und werde sie jetzt nennen und ja, aber wie gesagt, Luisa Neubauer, Sie sind auf dem Wege, nochmal das Rad neu erfinden zu wollen, wo es schon lange erfunden ist, schon seit Jahrzehnten fertig. Sie haben die Bücher ignoriert, die es darüber gibt, sie haben alles ignoriert und so weiter und versuchen gerade das Rad neu zu erfinden. Da wird kein Lohn drin sein, außer dass man ihnen irgendwann vorwerfen wird, dass sie einfach ein Plagiateur sind, der einfach nur das nachgeahmt hat. Ich formuliere mal so Sätze wie hier, was haben sie formuliert? Zitat, also es sind so ungefähre Zitate von Luisa Neubauer, soweit ich sie aus der Internetsendung verstehen konnte. Menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt. Vollkommen richtig. Ja, natürlich muss das sein. Ja, und das haben die nextscientistforfuture.de seit 1968 erforscht, wie man das macht, dass man das mit Wohlfühlstimmen, Wohlfühlnoten als Wahlstimmen, dass man sozusagen die menschlichen Bedürfnisse und wie der Mensch sich fühlt, was er für Bedürfnisse hat, wann er sich wohler fühlt, wann er sich weniger wohl fühlt. Und das muss die Wirtschaft lenken und zwar finanziell lenken. Also es darf, Verdienstzuschläge müssen gekoppelt sein an die Wohlfühlstimmen als neue Wahlstimmen oder an die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, also 20 Reformen sind, das ist schon ein bisschen komplizierter als nur eine Wohlfühlstimme. Naja, aber zum Beispiel dann sagt Luisa Neubauer richtig, endloses Wohlergehen. Ja, natürlich geht es um endloses Wohlergehen und die Wohlfühlnoten sind schon ewig fertig, sind schon in zig Büchern beschrieben worden, die sie alle ignoriert haben. Das ist alles schon längst fertig. Ein Teil ihres Denkens geht wahrscheinlich auch auf Dr. Eckart von Hirschhausen zurück, aber auch an den die Nachricht. Das ist alles schon längst in Büchern beschrieben worden, lange bevor Dr. Eckart von Hirschhausen das jemals gedacht hat. Dafür ist er viel zu jung. Incentives, Menschen gesünder zu halten. Das geht eben nur, indem man dem Arzt systematisch belohnt dafür, wenn es ihm gelingt, messbar Menschen gesünder zu halten und das kriegen Sie nur hin. Eben einmal mit der Wohlfühlstimme, dann müssen Sie die Gesundheitskostendaten heranziehen. Sie müssen eine Gesundheitskostenerwartungskurve bilden, die die Vorgeschichte und die Vorerkrankungen und die familiäre Vorgeschichte der Versicherten mit einschließt. Und dann kann man genau rausfiltern. Wir haben auch, es gibt natürlich auch ganz andere Techniken, wurden erforscht, wie man das so machen kann, dass der Arzt belohnt wird, wenn ich nie krank werde. Ja, und das wird seit 52 Jahren, wird das in Deutschland erforscht, also seit 1968. Und der Weltrat, die nextscientistsforfuture.de, dieser Arbeitskreis vom Weltrat, die haben das alles schon lange fertig. Nur hört niemand auf uns, weil jeder offensichtlich entweder das Rad neu erfinden will oder sich mit anderen Murks beschäftigen will, aber nicht mit den Lösungen. Kein Mensch sozusagen, außer, wir haben jetzt erst erreicht, dass wir uns jetzt erst der Tatsache nähern, dass jeder hundertste in Deutschland vom Weltrat und von den nextscientistsforfuture schon mal was gehört hat. Aber es ist im Prinzip so, niemand interessiert sich wirklich für Lösungen, wenn sie schon lange fertig sind, weil irgendwie will man wurschteln. Also ich weiß nicht, gestern habe ich, also es gibt eben auch Leute, die wollen demonstrieren um das Demonstrieren Willens, die anderen wollen streiken um das Streiken Willens, aber niemand interessiert sich für die Lösung. Man streikt um das Streikes Willen, man demonstriert um das Demonstrieren Willens, man versucht das Rad neu zu erfinden, um das Rad neu zu erfinden, vielleicht weil das so viel Spaß macht, aber niemand interessiert sich für das Endergebnis, nämlich wie man eine bessere Gesellschaft macht. Und das ist alles fertig. Das liegt vor, also hier nextscientistsforfuture.de, wenn man dadurch alles durchliest und alles durchklickt und alles anhört, kommt man auf insgesamt fünf Homepages inklusive eines Fernsehsforums, mit insgesamt viele, viele hunderte Internetfernsehsendungen, zuletzt zum Beispiel eine Talkshow mit einem Gast von der Gemeinwohlökonomie und so weiter. Alles ist längst fertig, alles wurde schon gesagt, alles wurde geschrieben. Nur, man will es nicht lesen, man will, die Leute wollen, ja, machen Plagiate. Immer wieder wird das Rad neu, soll es neu erfunden werden und so gut, wie es jetzt schon seit 30 Jahren fertig ist, erfindet es niemand. Gehen wir mal ein paar Worte weiter hier. Incentives, Menschen gesünder zu halten, das hatte ich, glaube ich, schon. Dann fällt das von Luisa, das Stichwort Präventivmedizin. Darum ging es in der ganzen Forschung. Wie können wir es endlich machen, dass Präventivmedizin, Ernährungsmedizin, Sport als Medizin so fürstlich belohnt werden, dass sie gemacht werden und wie können wir das auch noch so gut belohnen, dass nicht jemand, der nur so tut, als würde präventivmedizinisch wirken, belohnt wird, sondern nur, dass wir das am Endergebnis messen und zwar an den Wohlfühlstimmen als Wahlstimmen, an den Gesundheitsaufwendungsdaten und so weiter. Denn was nützt es, wenn ein Arzt ganz viel abrechnet für Präventivmedizin, aber die Leute sterben alle an Krebs, trotzdem alle an Krebs, dann hat er eben schlechte Präventivmedizin gemacht und dafür darf er keine Verdienstzuschläge kriegen. Also müssen wir die Gesundheitskostendaten kurven, die Gesundheitsaufwendung, das muss ja nicht etwas kosten. Wir können das Gesundheitssystem ja insgesamt mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege ganz anders schalten, sodass wir das dann Gesundheitsaufwendungsdaten nennen, wenn jemand wegen Krebs operiert wird oder so, wenn überhaupt. Und dann Gesundheitsmaximierung. Ja, darum geht es doch in der gesamten Denkweise. Das hat übrigens schon sogar schon die Fachkommission Gesundheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung für einigen Jahren auch noch mal nachplagiiert und noch mal nacherfunden. Aber natürlich muss es darum gehen, dass wir Messgrößen schaffen, mit denen wir die Maximierung von Gesundheit statt die Maximierung des Verkaufes von Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen zum Kriterium zu machen. Aber liebe Luisa Neubauer, das ist schon seit Jahrzehnten sonnenklar und in x Büchern beschrieben und schon lange veröffentlicht. Nur Sie wissen es nicht, weil die meisten Menschen sich gar nicht, überhaupt nicht, deswegen werden solche Bücher natürlich auch keine Bestseller, weil die meisten Menschen sich überhaupt nicht dafür interessieren, wie man dieses Land besser machen kann. Alle sind damit beschäftigt, wie man dieses Land zerstören kann und so weiter. Aber niemand ist damit beschäftigt und niemand liest Bücher, die Lösungen haben. Das liest niemand. Man liest gerne Bücher, die Skandale darstellen, Missstände, aber man studiert nicht die Bücher, die die Lösungen haben. Ja, und dann sagt Luisa Neubauer richtig so, ja, es ist ja, wir sollten doch mal ein Gesundheitswesen haben, ohne dass wir die Menschen immer so ein bisschen krank machen müssen. Damit beschäftigt man sich seit 50 Jahren, dass wir überall Erscheinungen im Gesundheitssystem haben, dass das unbewusste, nichtbewusste, auf Fehlern beruhende Krankmachen von Patienten fürstlich belohnt wird und quasi die entscheidende Verdienststrategie im Gesundheitswesen längst ist. Ja, das ist lange bekannt und schauen Sie sich die Professoren, das wissen wir mittlerweile alles und seit Jahrzehnten und das ist sonnenklar. Ja, jetzt komme ich aber zur Seite von wegen völliger, totaler Realitätsverlust, Luisa Neubauer. Dann kommt zum Beispiel jetzt so eine Formulierung Grundeinkommen. Bei den Next Scientists, bei dem Weltrat gibt es auch einen Professor, der sogar ein Grundeinkommen von 1250 Euro im Monat vertritt. Natürlich, weil wir auch gerne Anregungen von anderen Sichtweisen bekommen alle und so weiter. Es muss auch sein, aber lassen wir uns doch mal eine Sekunde naturwissenschaftlich überlegen, was passiert, wenn wir ein Grundeinkommen aussetzen. Ja, also jetzt zum Beispiel hier in dieser Höhe, also denn bei uns wird natürlich diskutiert über ein kleines, sparsames Grundeinkommen. Und dann ist die Frage, kriegt dann auch das Kind das Grundeinkommen oder kriegen Kinder grundsätzlich gar kein Grundeinkommen? Das sind doch interessante Fragen, die man da stellen müsste. Und ich gehe mal auf eins hier ein. Soweit ist es aber schon erledigt und da oben müssen wir noch mal hin. Ja, also ganz kurz nur mal, um deutlich zu machen. Ich mache mal wieder was ganz Provokantes, weil das Leute, die völlig einen Realitätsverlust haben, ja nicht nachvollziehen können. Ja, das ist hier, ich mache jetzt mal wieder so einen Schocker. Ich habe ganz bewusst dafür gestimmt, dass also so Videos von Arte, zum Beispiel über die neueste Arte-Sendung über Intelligenz und Intelligenzforschung, dass die in die Playlist verschiedener Sender aufgenommen worden ist. Oder auch, dass zum Beispiel haben wir jetzt über Gefühle bei Tieren, bei Bonobos, bei Schimpansen, bei anderen Tieren und so weiter. Also erst einmal, der Mensch ist ein Tier wie jedes andere. Das können Sie in Arten nachschauen. Das weiß jeder fünftige Wissenschaftler, der bis drei zählen kann, weiß das. Wir sind der dritte Schimpanse, genauer sind wir der zweite Bonobo. Ja, wir sind der zweite, der felllose Bonobo, wenn man das mal ganz präzise sagen will, mit einem viel größeren Gehirn. Dann jetzt nochmal kurz die Bemerkung, warum haben die Bonobos nochmal eine Ergänzung zum gestrigen Unterthema? Warum haben die Bonobos keine so großen Gehirne evoluieren können? Weil man die ernähren können muss und dafür braucht man Technik und Technik. Und jetzt ist der Punkt hier, wo ist es, wo steht es? Ja, die Bonobos hatten im Urwald nicht nur den Bedarf, dass ihre Hände immer noch klettergeeignet sein mussten, sondern sie hatten im Urwald oft auch einfach zu wenig brauchbare Steine für Technik. Sie müssen nämlich aus einem Stein durchklopfen sozusagen ein Steinmesser herstellen müssen, können oder so, denn sonst können sie kein Holz bearbeiten, sie können keine richtigen Speere herstellen oder was auch immer. Naja, also das heißt Steinwerkzeugherstellung und Technik sozusagen ist einfach im Urwald etwas erschwert und dann kommt noch dazu, dass die Bonobos noch Kletterhände haben müssen, während sie feine Manipulationshände brauchen. Und es ist eben besser, wenn sie in der Savanne aufrecht laufen, dann können sich ihre Hände immer mehr an alle Technikmanipulationswerkzeuge anpassen. Gut, und jetzt nochmal zurück zu den Bonobos. Ja, also wir Menschen sind also Tiere wie jedes andere auch und das bedeutet aber auch, dass wir, bei uns ist es ja so, die Grenze muss immer der Kommunismus, der Bonobos, ja, wir können als Wissenschaftler, wir haben kein Problem nachzudenken und zu reden über Urkommunismus, echten Kommunismus, echten Sozialismus, echte Planwirtschaft und so weiter. Ein planwirtschaftliches Dach empfehlen wir und zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme ein planwirtschaftliches Dach über dem Markt und so weiter, weil sonst Markt immer gefährlich ist, haben wir tausendmal erklärt, warum er lebensgefährlich ist und so weiter. Aber zum Beispiel, was machen wir? In der Bonobos-Kommune ist es so, dass die größten Schenker, das sind praktisch die intelligentesten Männer der Kommune, ja, schenken alles den Frauen und Kindern, bekommen dafür als Gegenleistung die Dankbarkeit und die Liebe der Frauen und Kinder, haben deswegen mit den Frauen dann die, die, die Frauen gewähren durch körperliche Mechanismen, die unbewusst ablaufen, die programmiert sind in unserer DNS, bevorzugen die Spermien-Armeen und geben den Spermien der größten Schenker einen gewissen Vorsprung auf dem Weg zu ihren Eizellen, sodass mit größerer Wahrscheinlichkeit die größten Schenker der Kommune die Väter des nächsten Kindes sind. Und die ganzen Stalinismus, Honeckerismus, Maoismus und so weiter sind alle gescheitert, weil sie immer einen Kommunismus machen wollten mit einem Menschen, den es nicht gibt, ja, denn auch die Bonobos mit ihrem Kommunismus sind egoistisch, ja, sie schenken zwar alles weg, aber ohne dass die Liebe als Gegenleistung zurückkommt, würden sie nicht mehr weiter schenken. Das sehen wir heute an unseren Milliardärskönigen, dass die, als die Liebe unterdrückt wurde und die Sexualität, war es auch mit dem Schenken vorbei, ja, das heißt, die Bonobos haben einen Schenker-Kommunismus, ja, und jetzt was passiert? Das heißt, die meisten Kinder der Kommune stammen aus dem Hochleistungsbereich. Jemand, der hier ist, der hat zwar auch guten Sex in der Kommune, zum Beispiel ein Mann, aber da er nur sehr wenig gute Geschenke den Frauen und Kindern machen kann, weil er einfach zu blöd ist dafür genetisch und inkompetent ist, sozusagen, wird der, auch dessen Spermien werden fast nie zu den Eizellen bei den Frauen vorgelassen, von den Körpern der Frauen. Und das ist, und wir haben eben die gleichen Körper wie die Bonobos, ja, ähnlich, sehr ähnliche Körper. Ja, und das bedeutet, auch die Bonobo-Gesellschaft ist ein Rest, trotz aller Schenkerei und alles Schmusens und alles zwölfmal am Tag sechs ist das eine Leistungsgesellschaft. Und das gefällt natürlich Träumern nicht, ja, die Leuten mit totalem Realitätsverlust gefällt das nicht, das zu hören. Wir können eine Gesellschaft nur so kommunistisch machen, wie die Genetik der Menschen zulässt. Genauso wie es bei den Bonobos keine Paradies-Kommunismus gibt, kann es den nicht geben. Wenn man das versucht, wird das immer eine schreckliche, blutige Diktatur, weil man nämlich alle tötet, wo man feststellt, dass die ja gar nicht geeignet sind für die eigenen Vorstellungen von einem Kommunismus oder Sozialismus oder was auch immer, ja. Und insofern muss man ganz klar sein, ich träume davon, dass wir Menschen bald in einem Bonobo-Kommunismus-Lebensformen leben, viele, viele von uns. Aber da dürfen wir doch nur, weil wir von sowas träumen, dürfen wir doch nicht die Realität aus dem Auge verlieren, ja. Nämlich, dass eben manche Dinge nicht gehen, ja. Und jetzt sage ich nochmal so ein paar Dinge, die nicht gehen. Ja, was passiert, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen und dann jedes Kind zum Beispiel auch in diesem Bereich 1250 Euro kriegen würde, ja, dann würde es passieren, dass wir hier eine, eine, äh, lauter genetisch Inkompetente mit durchschnittlich geringerem Intelligenzquotienten haben wir große Bevölkerungsanteile. Und da wir im Moment ja unsere leistungsfähigen Frauen regelrecht bestrafen, wenn sie Kinder bekommen mit Karriereknicke und ähnlichen Dingen, was natürlich die Reformen, die 20 Reformen der NextScientistForFuture.de schlagartig ändern würden und genau umdrehen würden. Aber trotzdem würden uns hier diese Mengen an Kindern davonlaufen, ja. Hauptberuf Kinder kriegen, ja. Tolle finanzielle Einnahme, 1250 Euro pro Kind als Kindergeld, ja. Dann würden das hier explodieren und Deutschland würde der dümmste Staat der Erde werden im Intelligenzdurchschnitt und Deutschland wäre das ruinierteste Land der Erde. Also wir müssen doch mal darüber nachdenken, was wir tun. Wir, wir, wir diskutieren ständig über bedingungsloses Grundeinkommen, weil wir endlich die ganzen Bürokratien loswerden wollen und so weiter, weil die nur kosten und sinnlos sind und so weiter. Aber wir müssen das doch mit Bedacht machen. Wir müssen das doch so machen, dass wir, äh, sozusagen, dass die Bevölkerungspolitik nicht zum Total-Selbstmord Deutschland und Europas führt, ja. Gut, also dann gehen wir mal weiter. Also ich gehe mal wieder zurück, so auf ihr unser hübsches Tagesbildchen hier, so Corona-Bildchen. Da kommen wir ja nachher natürlich auch noch kurz zu Schluckwasser. Ja. Dann, was ist, ich glaube, jetzt habe ich alles hier gesagt auf dieser Seite. Äh, was sagt Luisa Neubauer? Noch teils Vernünftiges oder wo ist sie schon wieder, hat sie diesen totalen Realitätsverlust, ne? Also ich lese mal vor. Also, zwischendurch, Carola Rakete hat da auch wieder Sendungen und so weiter. Ja, und dann, äh, spricht sich so das Satz, so ein Satz wie, äh, irgend sowas wie globale Familie fühlen können. Ja? Kleiner Hinweis, das können Bonobos nicht. Also noch einmal ganz klar. Ja, die Bonobos hier, die besuchen die, also wenn das jetzt alles Kommunen wären, diese Einzelpersonen hier, dann besuchen diese Bonobo-Kommune, besucht ihre Enkelkinder in den Um, also wir machen hier wäre eine Bonobo-Kommune. Und dann besuchen wir im Umkreis als Bonobos mit Begeisterung die umliegenden Kommunen, in denen unsere, unsere Enkelkinder und U-Enkelkinder schicken. Dann, das sehen wir hier, dunkle Hautfarbe, ja? Also eigentlich ist es so, dass die Erde, äh, von der Evolution sinnvoll aufgeteilt worden war. Wer im Süden in Afrika blieb, sozusagen, wir stammen ja alle aus Afrika, äh, von unseren Urgroßeltern, behielt die dunkle Farbe als Sonnenschutz, ja? Und wer in den Norden wanderte, hier nach Schweden oder sonst wie, der entwickelte die ganz helle Hautfarbe, um noch halbwegs genügend Vitamin D synthetisieren zu können, sozusagen, ja? Und da braucht man auch keinen Sonnenschutz. Man kann sich die Pigmentierung sparen, sozusagen, ja? Und, äh, und in, äh, an sich leben Bonobos, äh, sozusagen in ihrem Kommunismus mit den Nachbarkommunen, die sind genetisch fast identisch, die haben die gleiche Sonnenanpassung. Und es ist nicht vorteilhaft, zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden aus Schweden nach Afrika verpflanzt, der kriegt immer wieder Sonnen, übermäßige Sonnenprobleme, also zu viel Sonneprobleme und so weiter. Und der, wenn wir jemanden mit der dunklen Haut nach Schweden verpflanzen, kriegt der immer wieder Folgeprobleme, äh, weil sein Gesamtkörper eben in Details, in winzigen Details eben nicht auf Schweden angepasst ist. Also empfiehlt sich auch, müssen wir wissenschaftlich mal darüber diskutieren, ob diese Vorstellung von der globale, äh, Familie, äh, oder Weltfamilie, ob das nicht Träumereien sind. Also wenn wir, die einfach, äh, Menschen und Bonobos nicht können, ja? Also Menschen, da weiß man aus Forschung, dass die bis zu ein paar hundert Kilometer entfernt von ihrer Kommune noch kooperative und freundschaftliche und liebevolle pazifistische Beziehungen pflegen konnten in der Evolution und können, ja? Oder konnten und heute eben nicht mehr, weil wir ja den Kapitalismus und die, äh, Marktwirtschaft haben, die wir natürlich schleunigst beenden müssen, ist ja klar. Aber, äh, äh, sozusagen, die, das heißt, für den Bonobo und für den Menschen ist, äh, nur in einem engen Umkreis um ihn herum, ist das seine Familie, ja? Und alles andere gehört außen, ist fremd und anders und gehört nicht dazu und so weiter. Und dann hört es auch dann auf, äh, potenziell auch auf mit der, mit der Liebe und dem Pazifismus und der Freundlichkeit, ja? Äh, äh, weil, und jetzt, äh, sozusagen hingehen und von der Gesellschaft verfordern, das ist dieser totale Realitätsverlust, dass die Menschen jetzt alle so sein sollten, wie das der Stalinismus sich gewünscht hat, der Maoismus und der Honorikarismus gewünscht hat, nämlich, dass sie Übermenschen seien, die alles und jedes und alle Tiere lieben könnten. Machen wir das Beispiel Tierliebe, ja? Also, die Wohlfühlstimme lenkt auch richtig dahin, dass wir die Umwelt reparieren und menschengerecht machen. Die Umwelt in, in Ernährungsparks, in Ernährungslandschaften, in Ernährungs, äh, äh, sozusagen, in essbare Parks, in essbare Gewächshäuser und so weiter verwandeln und, und die Natur pflegen und gärtnern und alles, die Meere auf die verschiedenen Länder aufteilen und, 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 und begärtnern und pflegen und sauber halten und alles, damit es den Menschen gut geht und damit die Menschen gesund ernährt werden und damit die ganzen Gifte aus der Welt verschwinden, die, verschwinden, die sonst eben in den Menschen landen. Aber wir müssen doch, die, die, die Bonobos lieben doch die Bonobos und die Bonobos lieben keine Tiere, keine anderen. Das ist eine Pathologie, also das ist sozusagen, natürlich kann man Tiere nett finden und so weiter. Aber wer Tiere mehr als Menschen liebt und wer die Welt mehr als seine Nachbarn liebt, der ist geistig verwirrt. Das ist weltfremd. Das ist nicht durchsetzbar. Die Genetik der Menschen und der Bonobos erlaubt nur einen gewissen Umkreis um die Kommunen als Familie und als Liebespartner und so weiter. Und alles andere ist irrelevant, interessiert Menschen nicht. Und da kriegen sie dann die Next Scientist for Future, da haben sich einige Professoren oder Wissenschaftler einer simulierten Bundestagswahl gestellt und haben dann 56 Prozent Wählerstimmen bekommen. Also eine fantastische, ich habe die Kommentare der Wähler gelesen, die waren begeistert von dem Ansatz, bis auf die 44 Prozent, die alles abgelehnt haben, weil sie nur Bahnhof verstanden haben. Aber mit ihrem Konzept, Luisa Neubauer, mit ihrer Träumerei und Carola Rakete, mit all diesen Weltträumen und dann vielleicht noch globaler Tierschutz und globale Tierrettung und so weiter. Mit solchen Träumereien, da haben sie am Ende von 56 Prozent Wählerstimmen nur noch sechs Prozent übrig. Und damit können sie die Welt nicht verändern mit sechs Prozent. Sie müssen die alle Menschen mitnehmen. Ja, also da dieser totale Realitätsverlust. Ich lese mal weiter vor. Luisa ahnt, dass die Menschen, ja das hatte ich schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Luisa ahnt, dass die Menschen krank gemacht werden durch unser kapitalistisches marktwirtschaftliches Gesundheitssystem. Das ist völlig richtig. Das erforschen die Next Scientist for Future Wissenschaftler seit 52 Jahren. Und unterwirft sich und gerade und jetzt ist das das Dilemma, dass Frau Luisa Neubauer und Carla Rimsma und Greta Thunberg und so weiter sich bei Corona gerade genau diesem, diesem teuflischen kapitalistischen marktwirtschaftlichen Gesundheitssystem total unterworfen haben. Das ist ein Widerspruch. Ja, das ist ein Widerspruch. Natürlich aufgrund der Hoffnung, dass man hofft, dass man nach Corona dann endlich auch auf die Wissenschaftler beim Klima hört. Aber wie gesagt, es nützt nicht zu fordern. Man muss es können. Und nur die Next Scientist for Future.de können den vollfinanzierten Kohlestopp 2026. Und dann, man muss degrowth, degrowth und Postwachstum bringt ganz, setzt ganz viel Geld frei. Aber das muss man können und nicht daran rumstümpern. Dann macht man Europa kaputt, Deutschland kaputt und sonst nichts. Und das können halt nur, die Groß können halt nur die Next Scientist for Future. Die anderen können darüber nur reden. Nico Pech kann darüber nicht reden. Aber das hat kein Hand und Fuß. Wie gesagt, alle Argumente in allen Hunderten von Sendungen, in fünf Homepages und, und, und. Ja, also überall liegt das vor. Alles fertig vor. Die Bücher darf ich nicht erwähnen, weil die Bücher, wir dürfen hier nicht als Buchverkaufsladen auftreten, sonst dann werden wir unglaubwürdig, denn der Weltrat ist ja angetreten. Die einzige Instanz auf der Erde, die von finanziellen Interessen völlig unabhängig ist, neutrale Instanz zu sein. Und da dürfen keine Bücher verkauft werden. So. Aber steht das Gleiche, was in den Büchern steht, steht auch in den Homepages drin. Da ist sogar ein Buch vollständig drin. Ein Buch von 2005, als das alles schon längst endfertig war und dann an der Universität Köln auch offiziell vorgestellt worden war, bei einem der Wirtschaftspolitikprofessoren in dessen Veranstaltung mit einem großen Vortrag und so weiter. Ja, das passt also nicht. Also dieses einerseits sich total dem kapitalistischen Gesundheitssystem zu unterwerfen und auf der anderen Seite berechtigte Kritik am Gesundheitssystem zu äußern. Da ist ein Widerspruch, Frau Neubauer. Ja. Und der ist aber schon längst aufgelöst, denn das ist bei Ihnen ja nur eine taktische Geschichte, dass Sie darauf hoffen, hoffen, dass jetzt bei Klima man auch auf die Wissenschaft hören würde. Das ist aber wieder eine andere Nummer. Bei Corona geht es wieder um das enge Umfeld. Und da sind Menschen zu allem Möglichen bereit, wenn man sie, wenn man ihnen gegenüber behauptet, es handelt sich um ein Killer-Virus. Da sind Menschen im Nahfeld, sind Menschen zu allem Möglichen bereit. Aber bei Klima geht es ja schließlich darum, dass wir ein weltweites Emissionsabkommen brauchen und so weiter. Und der Professor Sinn hatte ja den Club der Willingen vorgeschlagen. Ja, das können wir alles machen. Ja. Aber vor allem Deutschland kann nur zum Vorreiter werden, wenn wir durch die Growth- und Postwachstumsaspekte ein gleichzeitiges Finanzwunder erzeugen. Aus dem Geld heraus wird dann Deutschland ohne Deutschland wirtschaftlich zu beeinträchtigen, sondern dass man Deutschland wirtschaftlich stärkt und gleichzeitig aus der Portokasse dann noch den Kohlestopp 2026 finanziert und Deutschland in ein CO2-neutrales Land verwandelt. Das ist alles möglich, ist alles tausendmal beschrieben, aber sie haben es ignoriert. Ja, wir brauchen jetzt ganz viel politischen Willen, sagt Frau Neubauer. Und diesen ganz vielen politischen Willen kann es nicht geben, weil das der politische Wille wäre, Deutschland volkswirtschaftlich zu ruinieren. Und solch ein Wille wird nicht kommen. Es werden nur Lippenbekenntnisse bekommen, wie sie ja Frau Merkel gemacht hat und so weiter. Aber das faktische Handeln wird diesem Lippenbekenntnis nicht folgen, weil das ein Totalruin Deutschlands wäre. Man braucht die neuen Lösungen, die Geld bringen und die dann das finanzieren. Man braucht die neuen Degrows und Postwachstumsmechanismen, durch die man Milliarden einspart, bevor man sie ausgibt. Man muss den Bären erst mal erlegen, bevor man das Fell verteilen kann. Sozusagen. Ja, und dann redet Frau Neubauer von dem Image-Schaden, den sie Siemens zugefügt hätten. Ja, das schadet Siemens. Das schadet der deutschen Volkswirtschaft. Ja, richtig, Frau Neubauer. Sie haben Schaden angerichtet. Aber das bringt uns doch nicht voran. Denn Siemens muss selbstverständlich, solange wir den Kapitalismus noch haben und die Wohlfühlstimme noch nicht haben, muss Siemens den Marktschwängen dienen. Sonst ist es kaputt und alle Arbeitsplätze der deutschen Siemens-Mitarbeiter auch. Ja, und dann ist Deutschland kaputt. Ja, also deswegen. Das ist totaler Realitätsverlust, von was Sie da reden. Deswegen fangen Sie mal an zu studieren von den Next Scientists for Future. Da lernen Sie dann endlich mal was. Ja, die kapitalistische Wissenschaft behauptet, Frau Neubauer, an die Sie sich bis jetzt gehalten haben. Sie haben sich an die kapitalistischen Scientists for Future gehalten. Sie haben sich an die kapitalistische Wissenschaft gehalten und so weiter. Aber da sind Sie auf dem falschen Dampfer. Die kapitalistische Wissenschaft behauptet, Wissenschaft zu sein. Es ist sie aber nicht. Sie ist eine Dienstmarkt des Kapitals und sie ist eine irrtumsproduzierende Pseudowissenschaft im Dienste des Kapitalismus und der Marktwirtschaft. Ja. Gut, ja. Das war's für jetzt. Also zu Corona ganz kurz. Achso, Bodo Schiffmann ist zurückgetreten von allem. Da wird jetzt wahrscheinlich die Partei Widerstand 2020, die ja auch den Fehler gemacht hat, dass sie nicht, dass die die Reformen der Next Scientists for Future bis jetzt noch nicht aufgenommen hat in ihr Programm, womit sie eine kleine Chance gehabt hätten, diese 56 Prozent auch realisieren zu können. Ja, das ist alles. Ich vermute, dass jetzt ohne Bodo Schiffmann, der nun mal der Klickzieher ist sozusagen, da gar nichts mehr passiert. Und Bodo Schiffmann hat sich jetzt mittlerweile auch telefonisch unerreichbar gemacht. Also auch der wird wahrscheinlich nie erfahren davon, dass es längst ein gesamtes Sanierungsprogramm für Deutschland gibt, das schon lange fertig ist, weil es will ja niemand wissen, sondern jeder macht so sein Süppchen, macht so sein Gewurschtel. Aber ist natürlich auch wieder ganz logisch. Man macht so sein Bonobo-Gewurschtel in seinem Umfeld, so im Kleinen. Und dabei kriegt er natürlich nicht mit, dass längst andere Bonogruppen die Lösungen schon längst gefunden haben. Aber das ist halt auch wieder menschlich. Jeder wurstelt in seinem engen Sozialfeld und niemand kriegt mit, weil eben die kapitalistische Wissenschaft natürlich selbstverständlich nicht zulässt, wenn Dinge sozusagen veröffentlicht werden in den Fachzeitschriften. Das wird natürlich nicht zugelassen, die quasi das gesamte bisherige pseudowissenschaftliche, kapitalistische Pseudowissenschaftsgebäude in Frage stellen und dort sozusagen tausende von Fehlern in der kapitalistischen Pseudowissenschaft aufdecken und Denkfehlern. Ja, also von daher, ich glaube, ich habe alles, dann gehe ich mal wieder zurück hier. Also, ja, also ganz kurz nochmal, ja, Markus Krall und Hans-Werner Sinn sind ja für uns nur Gegner, weil das Gegner sind, die zumindest mit halbwegs vernünftigen Argumenten so ihre Marktwirtschaftsideologie verteidigen und rechtfertigen, wenn auch diese Argumente alle unsachlich sind, aber die reden natürlich auch mit niemanden, weil jeder bleibt ja in seiner Sekte und seiner Blase. Christian Fellberg, Gemeinwohlökonomie, da hatten wir jetzt ja den ersten Talk mit einem Vertreter der Gemeinwohlökonomie. Die sind sowieso am dichtesten dran, also die haben die wenigsten Fehler in ihrem Konzept. Vermutlich die Gemeinwohlökonomie, Sarah Wagenknecht, Nico Pechst, die große Postwachstum, das sind ja alles eigentlich gar keine Konzepte, die sind eigentlich gar nicht der Rede wert. Das sind alles Konzeptlosigkeiten und Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rebensma sind ja nur deswegen so wichtig, weil sie die Medienmacht haben, dass alle Journalisten der Welt kommen würden, wenn wir eine gemeinsame Weltpressekonferenz machen würden, wo wir die Lösung für den Kohlestop 26 in Deutschland vorstellen würden, da käme die ganze Welt und schon würde die ganze Welt über die Beendigung des Kapitalismus durch sanfte, vernünftige, naturwissenschaftlich fundierte Reformen sprechen. Ja, aber wie gesagt, nochmal die Schlusswarnung, hier nochmal die Einladung zur wissenschaftlichen Tagesschau heute zu den Talkshows Demokratie pur, freie Argumente-Plattform, inspiriert diese Unterzeile von der Schenker-Bewegung, vom Öff-Öff-Jürgen Wagner, der auch bei Maischberger schon zu Besuch war in der Talkshow. Ja, also liebe Leute, alle herzlich eingeladen in die Talkshows, bei uns wird sanft und behutsam Klartext geredet, wo die Fehler sind, die wissenschaftlichen Fehler sind und so weiter und die Irrtümer sind. Ja, und deswegen also, liebe Leute, das war für jetzt die wissenschaftliche Tagesschau heute und nochmal an Luisa Neubauer die herzliche Einladung, endlich mit den richtigen Leuten zu kooperieren und dann noch einmal die Warnung, abschließend die Warnung, wer einen Staat erträumt oder eine Welt erträumt, mit der die Bonobos nicht zurechtkommen und die Menschen genetisch nicht zurechtkommen, der begeht Selbstmord, der macht die Welt erst richtig kaputt, denn wir dürfen nur so viel von Menschen verlangen, wie ihre Genetik hergibt und wie ihr gesunder Egoismus hergibt und wenn wir von ihnen Selbstlosigkeit verlangen, die sie nicht geben wollen und können, die nur einige hochmoralische Menschen ansatzweise realisieren und sich dabei dann auch bereitwillig selber ruinieren und so weiter, die Masse der Menschen ist dazu nicht bereit und geht da nicht mit und deswegen, also liebe Leute, die Grenze ist der Bonobo-Kommunismus. Wenn wir mehr Kommunismus wollen als den Bonobo-Kommunismus, werden wir kläglich auf die Schnauze fallen. Alles klar, bis später, wo ist der Stopp-Knopf?